Ja, heute hat er einen tollen Tag. Hä? Das Perli hat einen tollen Tag. Ja, einen braven Spaziergang. Super, sehr brav. So, Perli kriegt dann was Essen zum Essen. Der ist so gelaufen. Perli? Ja, der geht toll, den Boden. Der kann ihm noch nicht gehen, wenn es ihm nicht gut ist. So, Mama. Das ist gelaufen. Und ja, wo ist das Mamas Hunde? Ja, alles Mamas Hunde. Ich weiß es. Und das Perli auch. Das Perli auch. Langsam nicht umschmeißen. Nicht umschmeißen. Ihr seid so tüchtig. So, jetzt gibt es für alle ein bisschen Essen. Für Perli auch vielleicht. Du schaust da aus. Wie schaust denn du aus? Also mal schauen. Na, servus. Pfui, Teufel. Jetzt sagst du den ganz drückgern. Hm? So. So, ein kleiner Spatz. Ich habe mich seufersüchtig. So. So. Schau, wie der toll marschiert und schaut sich noch die Puppe an. Hä? Und schaut sich noch die Puppe an. Ihr Uli, seid's brav. So. So. Ja.